Dieser Fliesenleger sollte mal dein Bart fließen. Yannick hier will wieder Weltmeister werden. Bei der Firma Darm in Seebruck trainiert er dafür, zusammen mit vier anderen Nachwuchshandwerken. Im Oktober geht's nach Shanghai zur Titelverteidigung bei den World's Kills, der Weltmeisterschaft der Berufe. Der Ehrgeiz hinter so einem Wettbewerb ist natürlich, sich zu messen in dem, was man selber kann. Ich bin Fliesenleger, ich liebe meinen Beruf und will mich natürlich messen mit dem besten Fliesenleger in der Welt. Für sein Training muss Yannick mit farbigen Fliesen die Christus-Statue, das bekannte Wahrzeichen von Rio de Janeiro, an die Wand legen. Für ihn kein Problem, denn...